Wenn du an mich zurückdenkst, was siehst du? Die gesunde junge Ehefrau, gleich nach dem Krieg, voll Sehnsucht nach Vergessen, verliebt in dich, den guten Arzt, oder die, zu der ich wurde, kurz darauf, durch dich. Ein Ding mit 25, stumm und lahm, degeneriert, gemacht zum Alter neben dir, im Lichte deiner Forscher-Augen. Deine klugen Forscher-Augen. Ob du wohl weißt, wie klar ich innen bin? Ach, Hans, wie gerne würde ich dich verachten. Doch das kann ich nicht. Ich bin in dir. Sogar in dir. Und du in mir, mein liebstes Doktorchen. Die Welt ist unser Blut. Ab heute werde ich es sein, die dich beobachtet. Von dort, wo ich verborgen bin vor deinen Forscher-Äuglein. Ich gehe jetzt, allein. Ich lass dich hier. Wenn du mich nachher findest, bin ich fort. Und erst an deinem letzten Tag wirst du mich wiedersehen. Bis dahin, pass gut auf. Sogar in dir, aufhos, darf ich hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 What is this? You must have a reason. What is a reason? What? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein bisschen zu spüren. Ich denke, eine Kombination wäre besser. You have never done this before? Not with a man, or a woman. Help me with this. Yes. 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 This will kill the pain, but I will remain conscious. You want to be awake? Yes. 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 Islamic State militants have destroyed dozens of ancient settlements in Haseqa Province that der »Wiritsland«, die »Wiritsland« zu verabschieden. Die »Islamik-State« auch ranzöscht Musselmuseum, zuquert die »zenierende Artefaktes«, das sind zäunlich Jahre alt, in der »Zunner« Rampage, die »Wiritsland« zu verabschieden, »mullennia«« in der Middle East. »Wiritsland«, »Wiritsland««, »Wiritsland««! »Wiritsland«, »Wiritsland«« Warum wollen Sie das tun? Ich habe immer dreamt es. Sie denken, dass Sie ein Perverteid sind? Ich weiß nicht. Ich wünsche Sie es. All mein Leben habe ich studiert. Menschen. Böden, Gehirn, Tissue, Verhältnis. Aber 21 Jahre, als meine Frau Ulrike die Mutter, hat mich zu denken. Sie waren schuldig. Wenn alle deine Freunde sterben sind, sind Sie verletzt, die Welt aus verschiedenen Fällen. Verletzt Sie sich aus verschiedenen Fällen. Wenn ich ein Kind hätte, könnte er sein würde. Ja. Ich würde es einfach hätte. Ich wollte mich zum Glück haben, Ich würde es nicht schuldigen. Aber die Unter beten ist ein bisschen Homemadeklamm. Wenn ich alle meine Liebe schuldige, Sorry. Don't worry. That must be the sedatives. They start to help your muscles relax. Let me help you. I wish the category of perversion described something real. It would make the world more comfortable. Lovable. They will call me a pervert if they find out. And that will ease their conscience. And yours. Wouldn't it? To know... That it was the genes that made you do it? But it is not the genes. In all these years, I have never found perversion. Only fascination. Interest. Addiction. Belief. Reason. Reason. It will work. Especially... ...when I decided... ...to... ...try the new therapy on my wife. Es könnte funktionieren. Es war für eine größere Grundlage. Warum hast du mir antworten? Ich... Er... Before her disease, my wife and I often talked about leaving together with open eyes. Sometime, we could never decide on the right anniversary to do it. Like Nietzsche. Also waited too long. And after everything that happened, my wife took her own life, left without me. That was 21 years ago. But when I saw her cold in her wheelchair, I did not allow myself to cry, because I am a born scientist. I always have been, researching a human mind and body. The human race. The human degeneration. It... It is my gift. My... My duty. I must not stop just because someone dies. You are my last... object of research. I chose you. Tell me about the joy. My joy. The joy you felt when you made your experiments. When you were young and you experimented on all these people. The joy of having power over another creature. Of seeing them feel your power. Your instruments inside their bodies. I... I can see it in your eyes. Yes. We... We... Are... All... Just human. ... And... To... To handle the DiKA ... To myself. Mm. Mm... No. No. I a... All... When I was seven years old, I was playing at the stables. You went by them when you came. I saw a fly passing against the window, wanting to get out. I managed to catch it. And with my little hands, I took its wings between my fingers. I slowly pulled them apart. Till, with a very silent noise, they ripped out of the little body. I somehow managed to grab two of its legs. And I pulled them apart. And I ripped out. And I could hear the fly scream, like a little baby. And it was wonderful. And, because only I could hear the fly scream. And so I took another leg. And I pulled out. And it ripped out. I ripped out all the legs. And now the fly was just a little stump, wiggling. Wiggling on the ground. I could feel this power. I could feel this power for the first time. I looked at the fly and took it with my hands. And I ate it. That's how it started. Gott. 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 Gott.